Wir Menschen wollen im Kern glücklich, also erfüllt, im Frieden, frei und selig sein. Es ist den Menschen aber nicht möglich. Du aber kannst das sein. Du bist es schon. Und das ist hier die Einladung. Aufwachen und frei sein ist jetzt für dich möglich. Wenn du also hier die Einladung hast und sie ist hier, dass du deinen einen überragenden Wunsch für dich und dein Leben erfüllt bekommst, was ist dein Wunsch? Es scheint so, dass egal wo auf der Welt, egal wie wir gerade aufgestellt sind, wir wollen im Grunde im tiefsten unseres Herzens alle nur eines. Wir wollen glücklich sein. Deshalb ist auch das Hier und Jetzt der einzige Moment, wo Leben existiert.